Farben Die Schönheit war einmal zu Gast bei der Hässlichkeit. Da kam sie sich hässlich vor, weil sie ihr nicht helfen konnte, schön wie sie selber zu sein. Doch man erzählt auch, die Hässlichkeit war zu Gast bei der Schönheit. Da fühlte sie sich so wohl, dass sie gar nicht mehr hässlich war. Beides werde ich glauben, wenn in allen Ländern der Hunger so oft bei der Sattheit zu Gast ist, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber mich hat ein Kind gefragt, stillt dann die Sattheit dem Hunger den Hunger oder frisst sie ihn auf? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020